Selbstsabotage ist das heutige Thema. Warum? Aus einem einfachen Grund. Ich sehe permanent Menschen und ich habe es vor allem bei mir selbst erlebt und ich erlebe es immer wieder, deshalb möchte ich das mit dir teilen, wie Menschen sich auf dem Weg zum Erfolg selbst sabotieren. Das Ganze passiert in einem viel größeren Stile bei Menschen, die bereits Erfolge haben und dabei sind, noch größere Erfolge zu erzielen. Viel, viel weniger bei Menschen, die gerade erst anfangen. Aus einem einfachen Grund. Ab dem Zeitpunkt, wo du die ersten Erfolge erzielst, nehmen wir mal an, du baust dein eigenes Business auf, du hast die ersten Kunden gewonnen, die ersten Zahlungseingänge, du hast erfolgreiche Kundenprojekte abgeschlossen, gute Resultate geliefert, fängst an mit mehr Menschen zu netzwerken, du fängst an auf einmal kreativer zu werden, du fängst an mehr Ideen zu haben und du fängst auch an plötzlich mehr Angebote zu kriegen. Ab diesem Zeitpunkt passiert der Fehler, denn hier bist du gefordert, deinen Fokus zu behalten. Aus einem einfachen Grund. In ganz vielen Situationen passiert das. Einfaches Beispiel. Wir haben einen Kunden bei uns in der Social Media Agentur Academy. Der hat für Pflegekräfte extrem gut Mitarbeiter gewonnen. Ja, der hat das hingekriegt, ein gutes Angebot zu kreieren, Kunden dafür zu gewinnen, gute Resultate zu liefern, auch einen gewissen Spaß dabei zu haben. Ab irgendeinem Punkt ging es los, dass er angefangen hat, auf seine Kunden zu hören. Das heißt, seine Kunden haben ihm gesagt, hey, wir wollen aber noch Social Media Marketing, wir wollen noch Branding haben, wir wollen noch Postings haben und alles drumherum. Und er kam immer häufiger zu mir in den Call und hat gesagt, Nick, was hältst du davon? Das ist voll die geniale Idee, dass ich das noch mache und das noch mache und das noch mache. Und ich habe ihm gesagt, du wirst weniger Resultate damit für deine Kunden erzielen können, die spürbar und sichtbar sind. Du wirst weniger Geld dafür verlangen können und du musst viel mehr machen, um das Ganze zu tun. Bleib bei dem, was du machst. Und er kam immer wieder, kam immer wieder, kam immer wieder und hat dort den einen oder anderen Deal abgeschlossen. Und irgendwann kam er in einem Call wieder und hat gesagt, hey, Nick, du hattest recht. Ich habe jetzt viel mehr gearbeitet, viel weniger spürbare Resultate erzielt und auch weniger Geld dabei verdient. Ich habe meinen Fokus und meinen Drive total verloren, obwohl er davor auf ultra dem guten Weg war. Und das Gleiche passiert permanent. Ich stelle es bei mir fest und guten Freunden von mir. Das Geschäft läuft gut. Man hat es automatisiert, man hat es digitalisiert, man hat Mitarbeiter gefunden, man verdient damit Geld. Plötzlich hat man mehr Freizeit. Statt diese Freizeit zu nutzen, um eben das zu tun, worauf man Lust hat, und zwar mal in die Sauna zu gehen, Sport zu machen, sich mit Freunden zu treffen, Urlaub zu machen, oder halt in sein eigenes Geschäft zu stecken, um es größer, besser zu machen, mehr Prozent rauszuholen. Nutzt man es, geht hin und fängt auf einmal Geschäfte an, dieses Geld, seine freie Zeit und seine Fähigkeiten in Geschäfte zu investieren, von denen man wenig bis keine Ahnung hat, wo man sich abhängig macht von anderen Geschäftspartnern oder Leuten und wo man was komplett Neues starten möchte, im Glauben, dass es viel, viel schneller und einfacher an den Punkt kommt, wo man bisher sein eigenes Business hingebracht hat, wofür man teilweise jahrelang sehr viel geackert hat. Und das ist die größte Selbstsabotagefalle. Und wenn du das schon mal erlebt hast, schreib es gerne in die Kommentare. Merk dir einfach Folgendes. Reflektier dich selbst, wenn es anfängt gut zu laufen bei dir. Reflektier dich selbst, wenn du anfängst Erfolge zu haben. Hast du dann das Gefühl, dass es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, mit denen du noch mehr Geld verdienen kannst, mit denen du noch erfolgreicher werden kannst, mit denen du noch mehr schaffen kannst? Frag dich mal, stellst du das fest? Und frag dich dann, zieht es dich dorthin, deine Zeit, deine Energie, deine Ressourcen, deine Fähigkeiten, deinen Fokus aufzuteilen, um das umsetzen zu wollen, anstelle deines tatsächlichen Geschäfts dem einfach zu folgen und dem, was dich zum Erfolg gebracht hat? Denn Fakt ist, Erfolg ist das wiederholende Tun von ein und denselben Dingen, die zu einem bestimmten Ergebnis führen und sich nachher addieren und multiplizieren. Und dementsprechend solltest du dich immer daran erinnern, was sind die Basics, was sind die Dinge, die dich dorthin gebracht haben, wo du gerade bist? Diese besser zu machen, diese einfacher zu machen, schneller zu machen, stärker zu machen, weil das ist das, Focus on One Thing, was dich hinten raus am schnellsten zu multiplen Erfolgen bringt, mit einer Sache, statt dein Fokus, deine Ressourcen und deine Energie auf tausend Sachen aufzuteilen. Ich weiß, das klingt gut in der Insta-Bio, wenn man Investor, Entrepreneur und Crypto-Startup-Guy und Startup-Guy und das und das und das ist. Aber im Endeffekt, davon soll Business auch irgendwann langweilig werden. Und das ist das Business, was nachher am besten ist. Das, was einfach funktioniert. Und nicht deinen Fokus zu multiplizieren und zu streuen, nur um nach außen cool dazustehen. Denn damit sabotierst du dich nur selbst. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, dann glaub mir, wirst du es erleben, wenn du nicht auf diesen Tipp hörst. Und in diesem Sinne, wenn du mehr von solchen Videos haben möchtest, dann abonniere diesen Kanal und check den ersten Link in der Bio aus. Dort findest du mehr Informationen, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Und ansonsten schick mir einfach eine Nachricht auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Nick. Ciao.